Hallo, hallo! Heute gibt es einen kleinen Quick-Tipp und zwar, wie man wunderbar im Sommer mit einem einfachen Hilfsmittel, was man meistens auch mit hat, tolle Wolkenfotos machen kann oder allgemein den Kontrast in Fotos etwas stärken kann. Und zwar möchte ich hier gerne diese Wolkenstimmung hier einfangen, und zwar ganz einfach mit dem Handy. Und dazu verwende ich ein ganz einfaches Hilfsmittel, und zwar die Sonnenbrille. Die sieht man hier im Video. Vorher-Nachher-Effekt. Ohne Sonnenbrille. Mit Sonnenbrille. Ohne. Mit. In diesem Sinne, viel Spaß beim Probieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!